und noch mal hallo moin willkommen zurück nachdem ich gerade technische probleme hatte weil ich so clever war mir zwar irgendwann mal den season pass zu kaufen aber einfach die episoden nicht runter zu laden musste ich die schnell runterladen die episoden das geht heutzutage ja ganz ganz flotty deswegen teil 2 von unserem life is strange komplett durchgezockt video potpürees heute episode 2 möglicherweise teilt die episode 2 in zwei videos auf dass werden wir gleich im laufe dieser session sehen da hatte ich euch dann trotzdem in einem schwung hoch also gucken wir was nach episode 1 passiert ich werde heute ein bisschen weniger in die dialoge rein quatschen versteht man weder mich noch die dialoge und der sinn ist ja dass ihr einfach die story noch mal komplett euch angucken könnt ohne das spiel jetzt kaufen zu müssen beziehungsweise einen anreiz zu bekommen das spiel dann doch noch mal zu kaufen hier fenster zu machen hier ist gerade ein sturm wie auch im spiel gibt es in echt ein sturm derzeit bewundern wir noch diese sehr schöne exorbitant lange ladezeit fassen wir noch mal kurz zusammen was ich an mist gemacht habe aber er könnte sprechen über fotografien oder hast du etwas falsch gemacht habe ich mich hey victoria what do you want max i see everything here at blackwell do you understand what i'm saying it makes perfect sense i'd see you today welcome home max that's rachel amber her missing person posters are all over blackwell 6 months ago she just left arcadia without a word without me something happened wait is that grass tell me the truth that's an order i didn't blackout i had another vision the town is going to get wiped out by a tornado max tell me everything großartig trotz anzeige auf der xbox sind meine batterien des controllers gleich leer das heißt wir wechseln mal bevor hier alles vor die hunde geht also heute läuft es technisch ja großartig aber flott gewechselt hier und jetzt geht's gewohnt professionell weiter ins spiel snooze fassen wir zusammen ich bin komplett auf konfrontation gegangen hab den stiefvater konfrontiert mit einem foto habe leider deswegen ein bisschen beef mit der lady die ich nicht beschützt habe als er sie belästigt hat ich habe herausgefunden er sammelt viele files über die girls es scheint mir so ein kleiner weirdo perv irgendwas zu sein ich habe mich mit der alten freundin von früher wieder angefreundet und wir suchen immer noch die vermisste rachel mutmaßlich werde ich von newton erschossen weil den habe ich ein bisschen auflaufen lassen ich vermute mein spielstil führt die hauptfigur in den ruinen folge 2 out of time im real life würde ich jetzt nicht drücken aber im game ist die einzige situation in der ich mich für aufstehen entscheide und gleich zwei messages so schnell kann ich nicht lesen auf jeden fall haben wir eine strikte keine emojis politik gut jetzt versuche ich aber wirklich nicht mehr in die dialoge rein zu quatschen denn das wird nur verwirrend ich verwege das ist ich verwege das ist aber ich sollte nicht auf die victoria's vollen morin ist blöden das ist so das wormholt macht total aber ich würde sagen das ist ein danke victoria und ich dachte ich war in der halloween dana ist nicht messen kulturbeutel kann ich jetzt vielleicht mal diese ach danke diesen indie pop ausmachen so kulturbeutel selfie machen wenn ihr im übrigen gamerscore machen wollt und auf optionale sachen steht dann könnt ihr auch auf unsere homepage gucken da haben wir auch nette guides zu diesen guide bräuchte ich jetzt um einen kulturbeutel zu finden natürlich wohnt die fiese fiese bitch genau gegenüber von uns so gehen wir mal schauen kann ich das verhindern es ist vielleicht so der running gag hier dass sie in jeder folge kann ich die retten davor mit irgendwas abgeworfen zu werden ist doch dieselbe meine tablet konsequenzen haben sie wird nicht an einer hirnblutung sterben die sie durch den klopapier rollen wurf erleidet so dusche deswegen hätte ich nie in einem wohnheim wohnen können weil ich einfach mich schon 10 mal verlaufen würde auf dem flur so charis hmm amazing out of order okay max oh hey kate sorry about yesterday okay 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 do you still have my copy of the october country oh yes of course it's great so far i didn't realize bradbury was such a poet can you please bring it back to my room this morning i just need to take some notes for class absolutely gut ich habe ihr natürlich nicht geholfen gestern als dieser deputy irgendwas typ sie da belästigt hat jetzt ist sie ein bisschen pisst dafür habe ich das foto da geschossen und konnte mir selber helfen denn ich bin eine egoistin was passiert jetzt macht jetzt wasser an damit ich verbrühe oder sowas okay what's up kate school that's it that video of you clubbing didn't look like homework victoria that wasn't me oh my god right don't be shy i think it's awesome you set a tongue record on video we're going to be sorry someday oh boohoo i'm sorry you're a viral slut i'm sure she had fun looks like it i know nathan hooked her up and you know he has the good shit preach it sister yuck i still have goddamn paint all over my face max selfie thought she was a badass taking that picture i should have beat her down that was so uncool she's jealous because mark mr jefferson knows i'm going to win the everyday heroes contest he thinks max is a joke she's a weirdo with that dumb camera i hate that i'm so quirky crap anyway let's leave the link to kate's video so everybody gets a chance to see her in action you are such a evil biatch i love it too as i can mean with it i think that's true it's not about that i think that's true yeah it's not about that i think the slang they have to do well with the kids to talk that's true that's true Ein Tamponspender? Dieses Spiel gibt mir Einsichten in die Welt und in Dinge, von denen ich wusste, dass das möglich ist. Ein Tamponspender, aber es macht natürlich durchaus Sinn. Ich wünschte, ich wäre derjenige, der Tamponspender erfunden hätte und an College-Dorms verkauft hätte. Das wäre großartig. Okay, da ist noch eine Nachricht. Was steht da? Jetzt könnte ich es Kate... ...mieter ein bisschen helfen, ne? Sorry, I forgot. Habe ich nicht vergessen. Habe ich von Absicht gemacht. Kann ich da nicht ein heimliches Foto machen? Nein. Nein. Rachel is a whore. Rachel is auf jeden Fall missing. Okay, zurück ins Zimmer, von dem ich schon wieder vergessen habe, wo das ist. Hier ist Victoria. E und Gandhi, Zitat. Brooke. Ich lerne das nicht mehr. Max. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up. After I find Kate's book. Und lass mich raten, Kate's book ist weg. Victoria, of course. That's what I get from making fun of her. Egal, es war es trotzdem wert. Nathan's Revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Man, this could almost be art, if it wasn't so fucking sick and disturbed. So suche ich auch mal zu Hause, wenn ich Sachen suche. Ich habe alles getan, überall gesucht. Keine Chance, das zu finden. Muss weg sein. Ich kaufe ein neues Buch. Oh. Ja, hallo. Nur dafür habe ich das. Dafür hat man die Zeitreisefunktion. Nur für sowas. Das ist schon ganz geil, was alles Konsequences hat im Spiel. Also. Sollte ich jetzt das Buch zu Dingsen zurückbringen? Oh, Namen. Ich bin so schlecht. So schlecht mit Namen. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even a one time. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. Hm, Kate. Ich weiß, wo du schläfst. Ja, ist auch... Alter, muss man sagen. Jetzt, wenn ich anonyme Threats bekomme, ist das niemals endet. Das muss von Nathan sein. Aber es könnte irgendjemand sein. Ich hätte besser beendet sein, oder ich könnte in seriösen Gefahr sein, wenn ich nicht bereits bin. Who bang for God. Na komm, das machen wir weg. Das ist ja ganz... Der Popo ist nicht gut gezeichnet. Da malte ich jetzt einen riesigen Popo noch meinen. So. Ähm. Ja. Kate? You in there? Ja, in here. Come in, Matt. Oh, dark. Oh, guck mal, jetzt den Spiegel verhangen. Das ist immer... Kein gutes Zeichen. Ähm. Hey, Kate. Ich bringe dein Buch. Max, warum hast du nichts gemacht, als David mich gestern verhängt? Oh, Junge, das wird jetzt aber auch anstrengend. Ich wollte prüfen, dass David in deinem Gesicht war. Ich dachte, er war anders. Ich bin froh, dass jemand jemanden interessiert. Kate? Ich bin tatsächlich interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Well, er ist total paranoid. Er denkt, ich bin Teil der Vortex Club. Ja, richtig. Was ist das? Was ist das Video? Und ich versuche, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es gar nicht gesehen, Max. Ich habe es nicht gesehen. Danke, Max. Du kennst, wie humiliant das für mich ist. Ich weiß, das ist ein bisschen, Kate. Aber... Sag mir mal über das Video und vielleicht kann ich helfen. Eigentlich ging ich zu einem Vortex Club-Party und endete mit ein paar Leuten. Mit ein paar Leuten. Das sieht man auch auf jeder Party. Oh, oh. Hat dir da jemand einen Bill Cosby gemixt? Das ist nicht genug, um zu verletzieren, ist es? Ich werde nicht verletzieren. Ever. Ich nehme ein Bier in der Kirche und ich werde nicht auf einen Video-Party, okay? Hat jemand dich verletzieren? Ich erinnere mich... Ich erinnere mich, dass ich mich verletzieren und verletzieren. Geh, weiter. Dann Nathan Prescott sagte, er würde mich nach dem Krankenhaus. Nathan Prescott? Oh, schade. Er war gut für ein Verletzieren, wenn er mir geholfen hat. Er ist das Gegenteil von gut. Was ist weiter? All ich erinnere mich, ist, dass ich lange fahren bin. Und dann bin ich in einer Runde. Ich dachte, es war ein Hospital, weil es so weiß und blöd ist. Geh, weiter. Ich höre. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... and... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max? Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Okay. Okay. Als ich ihn das erste Mal angeschissen habe, ist das nach hinten losgegangen. Also machen wir es jetzt lieber hinten rum. Clever. Okay. 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 And then, I can't wait for you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Man kann den Leuten nicht immer direkt helfen. Es ist nun mal so. Ouch. She left out damnation. Wow, Tante Marge ist aber auch, äh, nett. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ja, Alyssa könnte ja mal ein gutes Wort für mich einlegen. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Kate really has a doting father. Okay. Ich sollte vielleicht nicht so da rum schnüßt an den Sachen, dann verletze ich sie vielleicht wieder. Oh, Chloe. Okay. Frühstück. Hoffentlich gibt es Pancakes. Wenn es keine Pancakes gibt, keep the riot. So. man muss bestimmt zum parkplatz jetzt immer ausschau halten aber nicht ein paar schicke schnappschüsse machen kann die gehörte zu bittgen kate ist wirklich Ja. Ja, ich will das Gespräch nicht neu. Ich fand das, hab ich gut gelöst. Ähm, ja. Das weiß ich zumindest, dass ihre Mutti scheinbar ein bisschen krank ist. Denn, oftmals gibt es Gründe dafür, wenn Leute irgendwie scheiße sind. Alles, was cool ist, was ich fotografieren will, darf ich nicht fotografieren. Oh, da habe ich einen... Aha. Awesome. Check it out, what? Ich wollte mich über die Aktion zu sprechen. Danke sagen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Du bist ein ziemlich krank, Warren. Ich lebe dir das. Oh, ja, du bist. Ich wurde das krank. Ich bin ein persönliche Super-Hero. Du bist ein echtes jeden Tag-Hero. Du stand auf eine Bully, und es war großartig. Du bist ein ziemlich krank. Du bist ein 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 krank. Ein ganzes Freund. Chloe Price. Wir haben uns nicht gesehen. Wir haben uns in ein paar Zeit. Ich bin, du bist glücklich, dass ihr sie in der Truck flachst. Wie ein Rockstar. Das ist die Frage. Warum ist Nathan Prescott zu dir? Beschützen wir ihn mal. But lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking weak. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that driving is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Charlton Heston? Ich bin dabei. Yes, that's exactly what I mean. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool. I'll tell you the info. That's the best thing I can do. A little bit into the Kino. Thank you for that he has me. Maybe I'll give you a bit of alcohol and make a little bit of a teenage lifestyle. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Have a great day. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch keine Fotos gemacht, ich will Fotos machen! Wer den Mucke toll findet, es gibt tatsächlich auf Spotify auch den Life is Strange Soundtrack, offiziell mit fast 160.000 Followern. Also wer da Bock drauf hat, der folgt dem Ganzen. So, das habe ich im Hintergrund auch alle Folgen runtergeladen, sehe ich gerade. Ich bin nichts mehr im Wege, die Geschichte zu beenden. Ja, da ist ja wieder der Leuchtturm. Ich bin gespannt, ob das Ganze am Ende ein positives Ende nehmen kann. Das Spiel ist ja doch eher negativ. Also das Spiel ist nicht negativ, aber die Stimmung ist etwas gedrückt. Und man sieht halt auch das. Und es ist auch in Deutschland so, dass Jugendliche das auch nicht immer einfach haben. Also, ich muss auch nicht zwingend nochmal in der Schule sein und mich mit den anderen rumschlagen. Natürlich nicht, da kochen die doch Meff drin und da haben die keine Zeit zum Saubermachen. Ab ins Frühstücksparadies! Das muss man sagen, das haben die US-Amerikaner raus, ein so köstlich ungesundes Frühstück zu servieren. Oh, ist das großartig. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Cool, lässt sie mich hier warten. Komische Frau. Die Rachel hat echt Probleme, muss man sagen. Die wird überall sehr sexualisiert betrachtet von den anderen Jugendlichen. Saks Deck ist auch geil. Ja, Saks Deck ist so sehr schön. Odo! So, ein Tisch sollte ich schon mal blocken. Freedom of Choice, ich kann nur einen nehmen. Und Kaffee satt hoffentlich. Hippe US-Teenager trinken bestimmt auch Latte, Macchiato und Frappuccinos. David! Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Oh, das war's. David! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich freue mich mit deinem Leben. Ich habe es, nach dem William verabschiedet. Chloe? Chloe hat es gewollt, um zu bleiben. Anyway, ich hoffe, dass wir mehr von dir sehen. Chloe braucht ein altes Freund wieder. Joyce, ich bin so sorry über William. Ich habe großartige Erinnerungen von ihm. Ich bin froh, Max. Das war sein Gift für uns. Wundervolle Erinnerungen, selbst wenn Chloe noch nicht verstehe. Chloe ist Changed. Wollte man dir sagen. Ich bin froh. Und ich bin froh. Ich will Chloe nicht mehr Probleme. Oder ich. Niemand ist in Probleme über eine Doobie, Max. Und ich liebe, dass du die Hebe für Chloe genommen hast. Wie ein tolles Freund. Aber Chloe empfiehlt David, und das ist nicht fair. Er hat seine Schuld in einer Krieg gebeten. Er lebt über sie, und alle die Studenten bei Blackwell. Er lebt über Kate Marsh? David hat sie erwähnt, aber ich bleibe aus seinem Geschäft. Ich werde Blackwell nicht kontrollieren, und er wird nicht in der Dinah kacken. Du weißt? Gestern habe ich ein Bild von ihm mit Kate kämpft. Ich dachte, du wirst wissen, warum. Schön, Nancy Drew. Aber neben dir gibt es nur ein Studenten, die ich überraschend bin. Und sie ist nicht mehr in der Schule. Also, jetzt gehen wir zum Niddy Gritty. Was willst du essen? Die denken echt, dass der Typ cool ist. Oh man, wieso muss ich mich entscheiden zwischen Bacon-Omelette und belgischer Waffel? Wenn immer, ein Mensch die Wahl hat zwischen zwei Gerichten und eins davon ist Bacon, nimmt man Bacon. Oh ne, Fenster hätte ich gucken sollen, ach Mist. Das ist wie ein 4-Dimensional Deja-Vu. Ich bin immer zurück in Zeit. Kann ich ein bisschen Bier und Bacon bevor ich sterbe? Das ist ein Dinah, nicht ein Bier. Kein Bier? Das Leuchttürme sieht so mysteriös. Ich wünsche, dass ich in diesem Moment immer bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt eigentlich kann. Aber dann wäre es kein Moment. Ja, Leuchttürme sind toll. Wenn immer ihr im Urlaub seid und die Chance habt Leuchttürme anzugucken, guckt euch Leuchttürme an. Sind immer cool, weiß ich auch nicht. So, jetzt trinkt dein Kaffee aus. Jetzt mal ein Bacon Omnett. Ich kann deinen Kopf rumpeln von hier, Max. Hier, du möchtest das. Ich traue wie ein Baby. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du eine Frau bist. Wenn ich an Bilder von Chloe schaue... zum Weitern. Oh, du bist. Mach die Kräste! Ich habe das Mal mit mir geschädigt. Du steigst die Kräste, in Ansatz, die Bäume zu fern. Ich gehe deine Böse hier. Ich habe die Kräste zusammengefahren. Du bist's unterbrochen für ein Kamer? Oh Gott Mom, aber bitte nicht Max sch vermagiert. Sie verraten... Ich weiß, dass sie das Leute machen. Sie hat ganz, wie sie das tat. Sie sind gut. Ich weiß, dass du sie abgestürzt. st Euro, dass du das nicht zu tun, das Ziemlich ausmacht. Sie haben женщine. Wormann. Sie ist 18 Jahre alt. Es ist zu alt, um zu bekommen, von dir oder Sgt. Pepper zu bekommen. Anwählte ihn David, wenn du nicht willst. Du hast nur einen verdammten Schlauch in den Tag bekommen. Sie sind immer noch das gleiche. Ein anderer Grund, um diese Stadt zu verletzen? Was ist diese Scheiße auf der Jukebox? Jetzt, dass das aus dem Weg ist. Wir sprechen über deine Super-Power. Ich habe keine Erklärung, und ich kann nicht erklären, warum ich diesen verrückten Tornado gesehen habe. Komm schon, das ist ein D-Dream. Ich will Proof, du kannst du Zeit sein. Das alles passiert so schnell. Wir beginnen schnell. Hier, jetzt. Ich kann dir alles, was du in deinen Pocken hast. Du hast X-Ray-Vision, Mann? Ich weiß nicht, was in meinen Pocken ist. Lass mich sehen. Okay, Max. Impress mich. Die würde die Pistole ja nicht dabei haben. Deine Fahrzeuge. Duh, zu leicht. Ich brauche Details. Deskribe meine Kiechen. Schirr-Schirr. Eine Skull-Kiechen für einen Funk-Werrk? Das war so... Wrong, Max. Okay, Psychic-Girl. Ich zei euch, was in meinen Pocken ist. Das war überhaupt epic-Fail. Du hast mir sogar gefreut, dass du dich glaubst. Du musst... Okay, Max. Studie alle Items carefully und nicht vergessen. Und jetzt... Schwume zurück und beeindrucken sie. Cigarettes. Sieben. Ich hätte mir vielleicht die Details... ...doch merken sollen. Denn ich weiß beim Geld und beim... ...Warning-Ticket nix. Ich hab mich je nach dem Datum. Money. Oh, man. Wahrscheinlich 2,80 Cent. Ich weiß nicht. Ach komm, ich fahr jetzt aber nah dran. Oh, ist das nervig. Okay. Sieben hab ich mir gemerkt. Panda. So. Ach so, 25. Ja gut, 25 Cent. 31 Cent. 21. 21. Ok. Versuchen wir's nochmal. Hab ich nur denken können, dass ich aufmerksamer sein sollte. So. Cigarettes! Money. Aber, wie soll denn das gehen? Es waren 25 Cent, dann 5 Cent und 1 Cent. Das kommt doch im Leben nicht. Das stinkt doch. 25 Cent. Du verlierst. Okay, psychische Frau. Das stinkt doch. Again. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Ah, quarter dollar, 25 Cent und 5 Cent. Sind 30 in 31, was soll denn? Ah, oder muss ich das ach so, ich muss es selber vielleicht auch zählen, ne? Ach du scheiße, da muss ich ja quarter dollar, okay, jetzt verstehe ich es erst, okay. 25, 50, 75, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind 81 Dollar, 86 Dollar, irgendwas mit 80 Dollar. 21. 21. Mein Brain funktioniert auch einfach nicht gut genug dafür. Okay. Normal, Money. Da müssen 86 Cent sein eigentlich. 86 Cent. Okay. Sehr gut. Jetzt den Strafzettel. Okay, 10.34. weiß ich. 10.34 AM. Booyah! Mexican Telltime. Even a broken clock is right twice today. What does the hell that mean? Cigarettes. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 22. 22. Ich habe das Schmutz. 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 Ich nehme das Schmutz aus der Bühne, Chloe. Natürlich, Mom. Wie ist das Essen, Max? Better als ich erinnert. Sehr guter Schmutz. Mann, ich bin froh wie die Wolle. Clearly. Ich bin froh, was gerade passiert. Du musst mir mehr zeigen. Etwas viel cooler. Ich glaube, ich werde dir nicht mehr glauben. Ich werde die Zukunft präsentieren. Keine Ahnung. Jetzt. Achtung an alles, was passiert in den nächsten paar Momenten. Damit du kannst Chloe mit deinen Schmutz. Oh, da muss ich richtig aufpassen. Sie winkt. Er macht die Tasse kaputt. Jetzt muss ich diesen Begriff aufpassen. Hey, wo ist mein Partner? Du bist ein Dich. Don't slap mich, Bitch. Take your Fight Club outside. Klapp's kommen. He started it. I'm finishing it. I'm finishing it. This is sure the hell better than that other garbage. I think our Jukebox is headed for Davy Jones' locker. So, what are you waiting for? So. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Dracula lässt seinen Kaffee fallen. So, what happens next? Und dein Partner fällt davon. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Verdammt, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, wieso die Jukebox eigentlich durchdreht. Also ich weiß, der Trucker fand's cool. Machen wir das so. Okay, gucken wir mal. Das war richtig. Partner haut ab. Ah fuck, das war eine Kakerlake. Really? Oh. Das war gemein. Ja komm, drei von vier ist... Oh. Drei von vier... Hätte mich jetzt schon überzeugt. Okay. So, was are you waiting for? Trucker lässt seine Tasse fallen. Der Partner haut ab. Joyce beendet ist. Und seine Kakerlake hat drüber krabbelt. Wo der jetzt stürmt, jetzt hat es auch die getriggert. Hey, where is my partner? You called it. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Uh, check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's case. Chloe finally believes me. Okay, das nehmen wir jetzt als Break. Sonst wird das Video einfach zu lang, weil ich hier doch ein bisschen rumgedödelt habe. Und sehen uns gleich wieder mit dem zweiten Teil der zweiten Episode Life is Strange. Mit dem zweiten Video beenden wir das Ganze dann auch. Also zumindest die zweite Episode. Bis gleich. Bis gleich internacionalisation. Bye bye. Amen.